Yo Leute, was geht ab? Ich bin zusammen wieder auf meinem Kanal. In diesem Video spielen wir wieder Brawl Stars mit Jessie. Und in diesem Video zeige ich euch einen Jessie Guide, wie ihr Jessie auf Rang so man 20 spielen könnt. Und das ist das beste Guide. Also für Jovenia, was ich spielen werde, ist Tom Katze das beste Gadget. Das ist Love Gegner. Und dann könnt ihr auch die Kids machen, wenn ihr eine Person noch spielt. Dann ist das zweite Gadget besser. Aber in dem Fall jetzt das. Gears, Chick und Bennett. Starport, Shockey. Das ist einfach mal richtig krass Leute. Und dann auch noch mal die neue Zeitmannschaft. Und ja. So gut, ihr zeigt euch, wie ich sie auf Rang und 20 pushen werde. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Und bis gleich. Ja, mit diesem Video bin ich hier. Und hier 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 bin ich hier. Und ich fascinated mich. Jetzt scarf mir das möglichst criticize Hero. Und hier bin ich hier. Und wir erzählen, wie ich Sie das anschauen soll. Und wir können diese Eucamination aber jetzt verstehen. Sehr ruhig, wie ich heiß bin. Ich bin völlig leicht. Und ich bin völlig transparent. Und dann schauen wir das aceitär Quelle Winter. Ich bin völlig rational. Und da können sie darauf Practice vorstellen. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, so catch me if I fall. Mate. So, it's the end of the season. You can see that Jesse has a 10 win streak, since we win only and so easy you can push it. und wir sind schon bei 724 und eine 11er Windstrick und wir machen die weiter und wir sind jetzt schon bei 737 und eine 12er Windstrick und wir machen die weiter und wir machen die Und ja Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like da, wenn ihr weitere Browsers Videos sehen wollt und liked, dann abonniert meinen Kanal und lasst mich wissen unter den Kommentaren und ciao, bis zum nächsten Mal.